so wir sind jetzt schon bei der letzten aufgabe nämlich errichte gebäude in zone wars dafür gehen wir natürlich sofort rein und natürlich sage ich wieder dankeschön an alle abonnenten also ich freute mich halt wirklich freu mich auch wenn ich zum beispiel runter gehe meine rauchen mache das handy an und sehe dass ich euch schon wieder kommentare es macht wirklich spaß mit euch ein bisschen zu quatschen und ihr wisst natürlich auch ladebildschirmzeit ist like zeit kommentiert zeit wenn noch kein abonnent ist und auch heiß auf die zehn euro und ein bisschen lasst mir gerne ab oder dadurch kommen nämlich alle zehn abonnenten eine zahl unten hinzu und das geht halt immer so weiter bei 330 die nächste 40 wieder die nächste und wenn halt noch genau wissen willst wo du den kurz quasi testen kannst vor du halt irgendwas kauf für zehn euro guck einfach mal eine video beschreibung vorbei da habe ich ein extra video gemacht wo ich mich einmal vorstelle und wo ich natürlich genau erkläre wie der code einzulösen ist auszuprobieren wie auch immer so und wie gesagt wir hatten schon zwei gewinner die haben den code auch innerhalb von fünf minuten eine minute war ausgegeben bevor sie überhaupt gesagt haben ich habe ihn das war nämlich einmal im live team selber und einmal halt direkt als nachricht ich denke dann immer da will einer trollen aber bis jetzt wort er wirklich immer geknackt wenn es auch reingeschrieben wurde beide hier also die aufgabe ist eigentlich denke ich war mit die simpelste und die eigentlich automatisch funktioniert aber da wir jetzt eigentlich nur die aufgabe haben plus heilen muss ich eigentlich nicht bauen wie ein dulli und heilen so zum heilen haben wir natürlich wieder nichts dabei habe ich das gefühl irgendwie fast nie so einfach bauen dafür bin ich halt wieder zu schlecht so aber ihr habt ja gesehen es hält immer weiter die hitzezone das gehört halt zu dem skin den ich gekauft habe ihr müsst halt einfach nur bauen mehr müsst ihr für die aufgabe wirklich nichts machen keine kills keine schaden nichts einfach nur bauen aber ich muss sagen man muss doch schon relativ viel bauen es sind halt 250 elemente sind es glaube ich 250 platten müsst ihr halt herstellen aber im grunde genommen ist es doch wiederum schnell weil es läppert sich ja ruckzuck zusammen und dann habe ich nämlich jetzt auch alle aufgaben für euch schon mal gezeigt wie es funktioniert ich selbst muss dann halt noch ein bisschen gucken ich guck mal ob ich es überhaupt mache weil wir sind ja schon level 100 aber level 65 würde ich halt schon gern werden im normalen level also im battle pass haben wir ja voll der zuele weg können schmeckt der zuele weg können er awakening ganz schnell sagten der zuele weg können wäre das echt schnell woonte aber auch richtig schnell da muss ich sagen er will ihn er zuele töten ja er will ihn er zuele töten ne nein da wird er doch noch weggeholt so jetzt würde ich gerne noch mal gerade in eine runde reingehen das kriege noch ein bisschen was hin aber die aufgaben sind halt klar nicht schwer aber es gibt immer noch welche die fragen sich mal vorsichter machen ich sehe es nämlich bei den jetzigen wochenaufgaben komischerweise mein video mit scharfschützengewehren weil man muss ja einen kill machen wird wie oft angeklickt da frage ich mich steht doch da was ihr machen müsst aber ihr wisst ja das spiel ist kostenlos fast jeder spielte es inzwischen schon von 678 von daher dürft ihr euch auch nicht wundern warum so videos dann kommen obwohl sie eigentlich selbst erklärt sind er hat echt den sieg geholt ich fand ihn jetzt absolut nicht stark als zumindest komisch gespielt haben wir genauso wie wenn ich irgendwas reißen würde so das ist mal gut wenn ich da die southpacks sehe doch was habe ich denn da für waffen ja ey auch da macht schon einer direkt auge und ich kann nur nicht bauen ich kann eben nicht bauen ja 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 das könnte gern machen die kann schon noch schneller für mich so die heilung so jetzt sind wir schon noch 70 Aber wie gesagt, hier kannst du echt bauen lernen, ich merk's ja ganz selber. Ja, falsche Waffe, das war's wieder komplett, aber ihr habt ja gesehen, ich hab's jetzt fast fertig und ihr werdet es bestimmt auch hinkriegen, in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den Aufgaben und wie gesagt, gebt nicht so viel Geld aus wie V-Works. Bestand.